Bea besucht ihren Vater. Sie gehen angeln. Papa, ich hasse Angeln. Warum? Es ist so langweilig. Und es ist heiß. Und ich habe noch keinen Fisch. Ich bin jeden Sommer mit deinem Großvater angeln gegangen. Warum? Er war dann immer ganz anders. Er hat viel geredet. Aber er war immer so ruhig. Worüber hat er gesprochen? Über die Zeit, bevor er nach Deutschland kam, wusstest du, dass er als Arzt in Frankreich gearbeitet hat. Aber eigentlich wollte er ein Opernsänger sein. Oper? Wirklich? Wirklich, Bea. Papa, hast du mich zum Angeln eingeladen, weil du mehr mit mir reden möchtest? Ja. Du bist in eine andere Stadt umgezogen. Und wir sprechen nur wenig. Aber wir müssen nicht angeln gehen, um uns zu unterhalten. Das ist gut. Denn ich finde Angeln auch total langweilig. Nur wen? Fisch. Warum? Fisch. Langweilig. Untertitelung des ZDF, 2020